Topfgucker TV empfiehlt. Servus, mein Name ist Philipp Stapel. Wir werden heute ein kleines Fischgericht mit Forelle zubereiten. Wir machen einfach einen lauwarmen Bratkartoffelsalat mit einer gebratenen Forelle, ein bisschen marinierten Wildkrautersalat dazu. Dazu gibt es einen leichten Meerrettich-Sauerrahmen. Das ist relativ schnell leicht zuzubereiten, was ganz fein ist auch für zu Hause zum Nachkochen. Für unser Gericht brauchen wir Forellenfilets, die sind schon vorbereitet. Küchenfertig, entgrätet. Zudem brauchen wir junge Kartoffeln. Die habe ich mit Schale gekocht, in einem Sud aus Petersilie, ein bisschen Kümmel, Salz, um ein bisschen die Aromen zu unterstützen, das Erdige. Ich habe einen Tafelmeerrettich, Sauerrahmen, dann eine Wildkräutermischung, in dem ist roter Senfsalat, Misuna, Babyspinat enthalten. Ein paar frische Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie und Dill. Zudem benötigen wir Schalotten. Speck in Scheiben, ein bisschen Butter und vielleicht noch ein bisschen Thümer zu braten. Die ersten Arbeitsschritte beginne ich damit, die Schalotten zu schälen. Fangen wir hinten an der Wurzel an. Wichtig ist beim Schälen einer Schalotte und auch allgemein beim Zwiebelschälen, dass man nicht zu viel von der Wurzel wegschneidet, sodass die ganzen Schichten von der Schalotte noch zusammengehalten werden. Somit hat man es nachher einfacher mit dem Schneiden. Schneiden wir uns schnell in feine Würfel. Jetzt halbiere ich die Schalotte und schneide es erstmal fächerartig ein. Dann mache ich einen Schnitt nochmal hier zwischen und schneide es dann einfach in feine Würfel hinunter. Das reicht uns auch schon. Dann schneide ich den Speck. So, dann fangen wir mit den Kartoffeln, gehen wir mit den Kartoffeln weiter. Wie gesagt, die Kartoffeln habe ich mit Schale gekocht, mit Kümmel, mit Petersilie. Die Schale ist relativ fein, die können wir ruhig an der Kartoffel dran lassen. Das schadet dem Ganzen nicht. Dann schneiden wir in ca. 7 mm schöne Stücken, Scheiben. So, von der Menge ist das ausreichend für eine Portion. Wichtig ist, dass man sich bei den Bratkartoffeln wirklich ein bisschen mehr Zeit lässt. Dadurch, dass wir die nachher noch ein bisschen marinieren, ist es wirklich wichtig, dass sie schön knusprig gebraten sind, damit wir ein bisschen auch ein ganz feines Essgefühl nachher haben. Für die Bratkartoffeln habe ich hier schon eine Pfanne aufgestellt, um ein bisschen eine gewisse Grundtemperatur schon reinzubekommen. Wir benutzen ein relativ einfaches Pflanzenöl. Und beginnen wir zuerst, Stück für Stück die Kartoffeln anzubraten. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass nicht die Kartoffeln aneinander kleben, so dass man ein gleichmäßiges Bratergebnis erhält. Kann man sich sagen, umso mehr Sorgfalt man vorher reinsteckt, umso besser ist nachher das Ergebnis der Bratkartoffeln. Wichtig ist auch, nicht zu viel Kartoffeln oder zu viel Masse einfach direkt in die Pfanne zu geben. Das Brat ist, das Bratergebnis leidet einfach immer drunter. Das lassen wir jetzt wirklich ganz entspannt, ganz sanft anbraten. Dann wird sich eine schöne Kruste gebildet. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Bratkartoffeln anhängen, nicht verzagen oder anfangen mit einem Löffel oder mit irgendeinem Gerät drumherum zu stochern. Die Kartoffeln bilden von ganz alleine eine feine Kruste, die sich nachher von ganz alleine löst. Für den Meretich-Saureram benutzen wir, wie gesagt, den Tafel-Meretich und den Saureram. Salz, Pfeffer, ich lasse das alles relativ einfach gehalten. Man könnte jetzt natürlich noch anfangen, die ganze Sache mit ein bisschen Zitronenabrieb abzuschmelken oder vielleicht auch separat noch fein geschnittene Kräuter mit in diese Soße reinzumachen. Brauchen wir hier nicht. Der Saureram gibt von Natur aus eine relativ angenehme Säure mit. Ein bisschen was von dem Meretich dazu. Das Ganze würzen wir mit ein bisschen Pfeffer und etwas Salz. Das wäre es auch schon gewesen. Ganz einfach verrühren. Mehretich und Fisch, ich denke mal, das ist relativ klassisch, kennt jeder. Und durch den Saureram bekommt das Ganze eine schöne frische Note, was gut harmoniert mit den Bratkartoffeln zusammen mit dem Salat. Das ist eine feine Sache. Der Meretich-Saureram ist soweit vorbereitet. Gehen wir direkt weiter und bereiten uns den Wildkräutersalat vor. Für den Wildkräutersalat habe ich schon diese Mischung. Wenn man diese Mischung, kann man schon im gut sortierten Handel finden. Wenn man jetzt nicht fündig wird, kann man natürlich auch sämtliche andere Salate benutzen. Man nutzt einen Lollobionda oder einen Friseesalat. Also man ist jetzt nicht wirklich darauf angewiesen. Man kann natürlich auch einfach nur frische Kräuter verwenden. Petersilie, Dill, Estragon, Schnittlauch. Das ist auch super lecker. Die Petersilie zupfe ich einmal bloß fein die Blätter ab. Wichtig ist, wirklich nur die Blätter zu verwenden, dass die Stiele, die wir dann aufbehalten, kann man wunderbar für eine Brühe nehmen, für einen Soßenansatz oder Ähnliches. Oder vielleicht auch einmal was für die Kaninchen. Wichtig ist wirklich die feinen Blätter, damit wir nachher einen wunderschönen Salat haben, der knackig ist und der auch im Mund ein wunderbares Essgefühl gibt. So, für den Schnittlauch schneiden wir uns einfach in circa zwei bis drei Zentimeter lange Stifte. Das gibt nachher auch nochmal wunderschön ein bisschen Volumen mit in den Salat. Ja, Dill auch wunderbar wieder zu Fisch und gibt dem Kräutersalat noch einen gewissen Pfiff. So, der Salat ist jetzt soweit vorbereitet, wie man sieht, geht das relativ fix. Wenn die Bratkartoffeln nachher soweit sind, wir braten dann auch gleich den Fisch an. Dann zum Schluss, ganz zum Schluss wird der Salat mariniert und das kleine Finishing dann nachher auf dem Teller. Damit warten wir wirklich ganz zum Schluss, damit der Salat seine Knackigkeit behält. Wie man sieht, lösen sich die Bratkartoffeln von ganz alleine. Man sieht eine wunderschöne goldbraune Kruste, was wirklich sehr, sehr wichtig ist nachher, um den Salat nachher schön zu marinieren. Der wird halt wieder lauwarm mariniert. Da ist es wichtig, dass sie ein bisschen knackig sind, sonst wirkt das Ganze eher matschig und lasch. Als nächstes geben wir den Speck hinzu. Wichtig ist immer erst den Speck und danach die Zwiebeln, weil einfach diese fein geschnittenen Schalotten vorher einfach verbrennen würden. Wir können das Ganze jetzt auch schon würzen mit ein bisschen Salz. Salz entzieht dem Ganzen natürlich auch ein bisschen Wasser und sorgt natürlich dafür, dass die Bratkartoffeln nachher noch einen Ticken knuspriger werden. So, jetzt geben wir schon die Zwiebeln dazu. Jetzt arbeite ich sofort mit einem ganz kleinen Stück Butter. Dieses Stück Butter lege ich in den Bereich der Zwiebeln. Somit werden die Zwiebeln schneller gar, bevor sie braun oder schwarz werden. Nachher kann man das Ganze dann einmal noch schön umschwenken, würze es dann ab mit Salz und Pfeffer. Natürlich auch Bratkartoffeln, immer ein relativ unterschätztes Gericht. Aber wenn eine gute Bratkartoffel macht das, wie bei Mama, dann ist das immer schon eine feine Sache. So, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt würzen wir es noch ganz mit ein bisschen Pfeffer und sind jetzt für die Weiterverarbeitung soweit schon fertig. Die Bratkartoffeln geben wir jetzt so, wie sie sind, heiß in eine Schüssel. Auch die nächste Pfanne lasse ich ein bisschen vorheizen, weil ich die Forelle nicht meliere beim Braten. Die Forelle hat immer relativ feine Schuppen auf der Haut, die dafür sorgen, dass der Fisch in den seltensten Fällen anklebt. Natürlich ist es wirklich wichtig, dass man dazu eine heiße Pfanne nimmt, nicht zu heiß, nachher verbrennt der Fisch. Und deswegen lassen wir sie jetzt ein bisschen vorheizen und dann geht es weiter direkt mit der Forelle. So, jetzt haben wir hier unsere gebratenen Bratkartoffeln, die sind noch wunderbar warm. Die marinieren wir jetzt ganz einfach mit ein bisschen was von einem weißen Balsamico. Man kann natürlich auch einen dunklen Balsamico nehmen. Ich finde aber, dass nachher mit der Farbe der Bratkartoffeln nicht ganz so wunderbar aussieht. Ein bisschen Olivenöl. Schon ist die ganze Sache fertig. Man kann, man sollte schon mal probieren, die Bratkartoffeln noch mal probieren, den Salat. Wir haben sie natürlich schon beim Braten gewürzt. In den seltensten Fällen ist es nötig, sie noch mal zu würzen. Das passt eigentlich so in der Hinsicht. Die Forellen würzeln auch einfach bloß auf der Hautseite mit ein bisschen was an Salz. Wieder das gleiche Prinzip im Endeffekt wie bei den Bratkartoffeln. Salz entzieht Wasser. Dadurch ist einfach die Chance höher, dass die Forellen wunderschön goldbraun und knusprig gebraten werden. Ich finde, bei einem Fisch, der mit Haut gebraten wird, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Haut knusprig ist. Das gibt dann nochmal einen schönen Geschmack und ein schönes Essgefühl. Die Forellen brate ich grundsätzlich nur auf der Hautseite. Ich drehe die gar nicht um. Ich möchte nämlich, dass die Hitze von unten bis nach oben durch das Fleisch steigt. Man soll sich auch dafür ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Geduld haben. Dann ist nachher das Ergebnis, was nachher auf dem Teller landet, was ganz anderes. So, ähm, tun wir das Ganze nur noch anrichten. Dazu benutzen wir den Saueraum. Einmal eine kleine Portion auf dem Teller. Das kann man dann so ein bisschen glatt streichen. Dann haben wir unsere marinierten, lauwarm Bratkartoffeln. Wunderbar. Sind auch noch schön knusprig geblieben. So. Dann nehmen wir uns den Fisch. Wir sehen, dass er hier oben noch wunderbar glasig ist und somit nicht zu trocken. Ja, und wunderschön knusprig gebraten. Jetzt haben wir unseren marinierten Blattsalat. Waren, eine kleine Portion weg. Und versuchen das Ganze relativ ansehnlich auf dem Teller anzurichten. Ja, wirklich. Wir müssen immer mit einer gewissen Vorsicht bei dem Salaten arbeiten, damit er nicht bricht oder kaputt geht. Damit er wirklich schön knackig ist. Umso mehr, äh, umso mehr Feingefühl man nachher beim Braten, beim Marinieren des Salates benutzt, umso besser ist nachher natürlich das Ergebnis auf dem Teller. Wir machen das Ganze noch ein bisschen fertig. Ich habe hier einen, äh, einen Apfelgel, was wir aus Apfelsaft herstellen. Da kann man noch ein paar kleine Akzente auf den Teller setzen. Noch ein bisschen Rotweinsalz. Kann man mal ein bisschen Eindruck schicken. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Haben wir unsere gebratene Forelle mit Meeretissauer, Wildkräudersalat und lauwarmen Kartoffelsalat. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit. Und vielleicht sieht man sich auch einfach mal hier in Straußberg am schönen Strauß. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de